Was? Oh mein Gott, die sieht so schön aus. Sie hat so einen geilen Arsch. Warum kann ich nicht so sein wie sie? Wenn ich so aussehen würde, wäre ich vielleicht auch so glücklich. Hm, vielleicht sollte ich auch mal so ein Bild machen. Hä, was ist das denn? Guckt euch die mal an. Sie denkt auch, sie wäre ein Model. Lol, peinlich. Deine Nase ist voll groß. Deine Haare sind voll platt. Schau, wie sie versucht, ihre 70a zu pushen. Sie versucht auch nur Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie kann man nur so billig sein? Deine Eltern müssen stolz sein. Schäm dich. Augenkrebs. Schreib doch gleich Hau auf deine Stirn. Was habe ich nur falsch gemacht? Warum mag mich keiner? Was? Hy500. Jetztanic. Wie hat sich die Polizei gewollt? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020